Welcome back im Jahr 2018. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Unsere letzte Aktion im vergangenen Jahr war ja unser Online-Adventskalender. Der hatte eine wahnsinnig tolle Resonanz, über die wir uns gefreut haben, sodass wir uns überlegt haben, wir öffnen auch im Januar noch ein großes Türchen für Sie und verlosen das Lufthansa Seeheim Business Frühstück. Und um zu erfahren, wie Sie gewinnen können, dass wir zu Ihnen ins Büro kommen, bleiben Sie unbedingt bis zum Ende von diesem Video dran. Zunächst möchten wir Ihnen aber die aktuellen News aus Seeheim vorstellen. Durch unseren virtuellen Rundgang, den Sie jederzeit auch auf unserer Homepage besuchen können, können Sie jetzt nicht nur vor Ort, sondern auch ganz spontan von Ihrem Arbeitsplatz aus eine Hausführung mit unserer Verkaufsleiterin Kirsten Heppenheimer durchführen. Übrigens, haben Sie denn unsere neue Homepage schon besucht? Seit kurzem können Sie Lufthansa Seeheim auf der neuen interaktiven Website im neuen Design kennenlernen und sich für Ihre nächste Veranstaltung informieren. Doch nicht nur unsere Homepage ist neu. Zum Kennenlernen unseres Hauses und allen wichtigen Leistungen rund um Ihre Veranstaltung können Sie sich auch gerne die neue Broschüre ansehen. Ob als Printmedium oder auch gerne digital. Wir freuen uns darauf, Ihnen bei Bedarf ein eigenes Exemplar zuschicken zu dürfen. Aber auch ein persönlicher Besuch lohnt sich zu jeder Jahreszeit in Seeheim. Die tolle Aussicht, die Natur, die zahlreichen Möglichkeiten für Ihre Tagung und die inspirierende Atmosphäre der Lufthansa in Seeheim ist immer ein Highlight. Und auch wenn Sie mal nicht vor Ort sind, freuen wir uns, wenn Sie mit uns in Kontakt bleiben. Über unsere Homepage, Facebook und Instagram sind wir jederzeit für Sie erreichbar. Aber jetzt kommen wir zu unserem Gewinnspiel. Um teilzunehmen, klicken Sie auf den beigefügten Link, um sich zu registrieren. Die glücklichen Gewinner und Ihr Team erwartet ein Lufthansa Seeheim Business Frühstück. Wir kommen mit unserem Frühstück direkt zu Ihnen. Wir freuen uns auf Sie!